So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Eine bahnbrechende News, eine gefängnisausbrechende News, auf jeden Fall eine Breaking News. Hannes war gestern bis Dienstag da, wir haben ihn dann zum Bahnhof gefahren und dann irgendwie so zwei Stunden später sagt er, yo, ich fahre jetzt wieder zurück, ne, hab da nämlich was vergessen, so. Also, insgesamt nach vier Stunden war Hannes wieder da und obwohl er gestern abgereist ist, sitzt er jetzt auf diesem Sofa und wartet auf seine Überführung nach Hause in die Heimat. Ist das nicht lustig? Gestern wurde auch der nächste C-Day angekündigt. Ich hab gedacht, ne, ich will die Premiere wirken lassen, ich mach das heute für 10 Uhr und heute kommt ja dann noch Raider Mittwoch, da muss ich noch was dran machen. Es wurde ja schon ein bisschen gespoilert und es wurde wohl Knofenza schon ein bisschen so geleakt und jetzt ist es auch Knofenza, ihr hattet also wieder mal recht, ihr habt immer recht, aber ich warte immer auf die offiziellen News. So, Knofenza, hm, ist ein Kano-Pokémon, finde ich ganz cool. Ist jetzt nicht das nützlichste Pokémon, finde ich. Jetzt haben wir gerade Katagami noch in den Raids als Pflanzenangreifer, der ist auf jeden Fall krasser, was geht ab, ne. Und das Shiny ist auch nicht neu, Shiny gibt's auch schon länger, ist aber ein vollwertiger C-Day, kein Classic, sondern ein vollwertiger C-Day. Da gibt's also wieder viel, 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 viel Boni, aber das Pokémon an sich wird wahrscheinlich für viele nicht so interessant sein. Es gibt aufregende Neuigkeiten beim Community Day im April, steht das Blumen-Pokémon Knofenza im Mittelpunkt. Das Ganze findet am Samstag, den 20. April statt, heute ist der 10. Also in 10 Tagen kommt Knofenza von 14 bis 17 Uhr. Beim letzten Siede jetzt war ja dann auch Genaia da, Thomas war da, Hannes war da, alle waren da, das Muttertier war da, Sandra war da, Jonas war da. Aber ich glaube, Knofenza wird keiner da sein, Knofenza weiß ich nicht. Wenn das Wetter passt, wir gehen wieder eine Stunde spazieren, machen wieder unsere Challenge, aber es wird ruhig. Exklusiv Attacke, es bekommt die Sofortattacke Zauberblatt. Kann man ja mal machen, ne. Ist bestimmt gut. Ich glaube, ich habe, habe ich ein Krypto seit 10 Jahren hier mal gemacht und hochgezogen, wo ich das ganz cool fand. Kann vielleicht dem das beibringen. Ich weiß eh nicht, was ich mit meinen Top-Sofort-Lade-TMs machen soll. Wenn das gut ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Quatsch ist und die eine Quatschattacke für ein Quatsch-Pokémon einführen. Vielleicht ist die ja gut. Kann ich aber nichts zu sagen. Spezialforschung wird wieder für 1 US-Dollar oder halt bei euch 99 Cent oder so diese Forschung geben. Einmal im Monat sollte man die sich gönnen. Die ist immer cool. Da gibt es viele coole Items drin. Da gibt es Begegnungen auch schon mit den fertigen Entwicklungen. Meistens wird die ja gegiftet von den Zuschauern. Da freue ich mich. Mal gucken, wer jetzt der Schnellste ist und dann das Knopfenser-Ticket giftet. Das letzte bei Kindwurm kam ja wieder von Alexander Ahringer. Wenn die Forschung geschenkt wird, dann werde ich die auch im Stream dann wieder fertig machen. Die Boni. Dreifacher Fangsternstaub. Das ist eigentlich ein Grund, wieso dann jeder spielen sollte, könnte, würde. Weil Staub schmeckt immer. Doppelte Fangbonbons. Doppelt so hohe Chance auf XL-Bonbons beim Fangen für Pokémon ab Level 31 vom Trainer-Level her. Dann Lockmodule, 3 Stunden Rauch, 3 Stunden Schnappschüsse. Die habe ich beim letzten vergessen. Die habe ich beim vorletzten vergessen. Die werde ich diesmal auch vergessen. Beziehungsweise als ich dann wirklich welche machen wollte, ging es nicht. Ich weiß nicht warum. AR-Modus war an. Ging nicht. Stellst du in den Einstellungen AR alles aus? Ging nicht. Also konnte ich nichts machen. Warum? Weiß ich nicht. Bin wohl zu doof. Ein zusätzlicher Spezialtausch. Das heißt maximal zwei pro Tag dann. Das passt. Ich weiß aber immer nicht, was ich tauschen soll. Momentan mit Hannes habe ich jetzt immer Katagami mal hin und her getauscht. Jeden Tag eins. Außer wir haben es vergessen. Glücksfreunde habe ich zwei Stück momentan. Davon meldet sich aber keiner. Kann ich leider auch nichts machen. Also tauschen war früher auf jeden Fall immer richtig genial. Mittlerweile tauschen, ich weiß einfach nicht was. Tauschen kostet trotzdem 50% weniger Staub. Ihr könntet ja 100 Kno Fenser fangen. Mit eurem Bruder tauscht das dann hin und her, dass ihr noch ein gutes von IV her bekommt. Vielleicht ein glückliches, das durchentwickelt. So traditionell. Ich brauche das alles nicht. Bonus-Rate-Kämpfe wird es wieder Stufe 4. Bonus-Rate-Kämpfe geben mit Ultrigaria, dass dann wieder länger Pokémon erscheinen. Und den Radius um die Arena rum, das zu verlängern. Machen manche als Challenge zu gucken, ob sie mit wenig Angreifern diesen Vierer schaffen. Im Solo, im Duo, meistens im Duo. Habe ich auch noch nicht gemacht. Es wird wieder Feldforschungsaufgaben geben. Mit Begegnungen zu Kno Fenser, mit Staub, mit Superbellen, mit mehr. Es wird Pokestop-Showcases geben, wie man es eben kennt. Event-Boxen und Bundles im Web-Store. Aber das interessiert mich auch nicht. Sticker. Interessieren vielleicht manche von euch. Der eine sieht auch schön aus, wie es da so tanzt und alles so rosa ist. Und so kleine Herzchenblüten da rumfliegen. Der ist cool. Ansonsten freut man sich vielleicht auf den Staub. Wer das Shiny noch nicht hat, freut sich darauf. Und ob ihr den jetzt gut oder schlecht findet, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Denn das waren schon die verbrecherischen News. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes und... Fürst euch. Fürst euch, genau.